ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zum june 2000 und ja genau willkommen jetzt mittlerweile in folge 2 der drittletzten mission das ist eine kacke hier mit dem aufnehmen wirklich jetzt ist es wieder abgestürzt aber ich habe ich habe mal die einstellungen im obs ein bisschen geändert luftangriff bereit ja komm den brauche ich jetzt mal für hier ich habe die einstellung im obs mal geändert dass da jetzt hoffentlich nicht mehr so viel abstürze kommen weil es könnte sein dass es mit obs zusammenhängt und deshalb ja komm dann helf mal ein bisschen luftangriff her sehr gut leute luftangriff von den harkonnen und ja die erste folge die war ein bisschen komisch sage ich jetzt aber es ist so die war komisch und aber jetzt geht es hoffentlich wieder geregelte bahnen und schon wieder so ein blöder raketenpanzer außerhalb der range hier verdammt noch mal so dann auf die mannicken geht er jetzt ne ja ja der geht jetzt auf die mannicken so einfach kann man die gegner hier austricksen und ja ich hoffe dass es jetzt wie gesagt besser läuft und das war jetzt dass die uns 2000 doch zu einem guten ende bringen können das hat mir doch so viel spaß gemacht aber es ist halt im moment echt schwierig mit dem aufnehmen ich weiß nicht warum ja na ernsthaft seit wann schießen die schallpanzer hier drauf leute seid ihr bescheuert seit wann schießen die schallpanzer da drauf na gut wisst ihr was machen wir noch mal ein sammler mit flugzeug aber vier sammler und vier flugzeuge genau leute so wie gesagt ich bin im moment ein bisschen raus was hier mit aufnehmen und sowas angeht aber ich hoffe dass es jetzt besser geht leute wirklich und auch in der letzten aufnahme war wieder ein leg drinnen über zwei minuten oder so ich hoffe dass die auch bald mal aufhören die legs weil das nervt das nervt richtig so ich habe jetzt wie gesagt was in den einstellungen geändert nein in obs und ja müssen wir mal gucken ob das jetzt was gebracht hat mach schneller bitte die energie ansonsten wie viel prozent 99 verkaufe halt einen turm so gut dann ich glaube sobald der eimer die energie trifft oder so ist die energie weg so leute gut sadocars macht die kaputt so gut und immer schön auf die schallpanzer sehr schön gut leute ja eine minute mein vierter sammler und mein viertes flugzeug kommen sehr schön und meine güte wir haben es endlich geschafft wie gesagt ich hoffe es bleibt stabil heute ich hoffe es bleibt stabil aber es sieht gut aus und ich würde sagen wir fangen jetzt mal an hier mit den dicken dingern mit den dicken dingern können wir jetzt mal anfangen und ja wie gesagt wünsche mir glück dass es so bleibt der aufnahme dass da keine lex mehr drin sind ach nee das war habe ich jetzt doch nur drei sammler und flugzeug sieht so aus ja gummibälle sieht echt so manchmal wie so gummibälle ist so auch wenn ihr lacht aber es ist so ja gut egal eins ich habe echt nur ich habe doch nur drei sammler ja gut okay dann habe ich euch eben scheiße erzählt naja gut wisst ihr was wir brauchen unbedingt noch dicke rohre für die verteidigung ne so für die manneken da dickes ding sehr schön so ja dann wisst ihr was dann wehre ich das erst mal ab verteidigen erst mal so ich habe tausende raketentürmer die müssen noch ausreichen mensch vor allem hier um diese wüstentruppen nicht zum schießen bringen zu lassen ja sehr gut oder nee eigentlich brauche ich keine dicken rohre eigentlich brauche ich nur noch einen raketenturm mehr so oder moment mal 1100 alter schuld das ist so teuer leute das reicht natürlich nicht ne ganz knapp eine sammlerladung also super toll dann lasst uns mal abwarten bis sie billiger werden hier 1100 ja leute freut mich dass ihr mal wieder hier dabei seid bei g2000 ja hier sind sie in der drittletzten mission und warum ist mein handy oh oh mein handy ist leer gut dann mache ich es anders dann nehme ich jetzt die uhr von meiner frau hier die armbanduhr und dann gucke ich einfach um fünf nach halb drei so genau bitte mein handy ist leer okay ich verstehe na gut das bringt ah jetzt 908 zack sehr schön genau leute ich brauche dringend mehr sammler ja weißt du was hab ich hier noch ein trike oder so ich brauche mal ein trike ich schieße mal die ganzen quellen ab ja kommt er wieder mit seinem kindischen kack da ja ist gut hör auf dann ist doch doof was du da machst äh ja gut komm dann ist egal brauche ich halt noch eine energie immer energie ne immer die energie und genau jetzt kommt der schneller schneller reparieren los das dauert zu lange ich muss schon wieder was verkaufen wahrscheinlich nicht das dauert zu lange schneller schneller da um alter das kann doch nicht wahr sein das kann jetzt echt nicht wahr sein so dann alter immer auf die energie boah leute junge du nervst so jetzt äh dann nochmal ey das ist nicht wahr es ist schon wieder abgestürzt leute es ist schon wieder abgestürzt alter das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein ey ich sag mal bis gleich so leute da bin ich wieder mit meinem let's play zu dune 2000 ähm ich weiß was es ist ich weiß was mir die ganze zeit hier mein spiel zum abstürzen bringt es ist avira das ist dieses scheiß avira programm leute das sich immer wieder startet ich das ist so blöd wirklich egal leute ich hab jetzt auch einen weg gefunden wie die dateien nicht immer kaputt gehen unter windows 10 gibt es ja eine möglichkeit dass man einen neuen desktop macht und dass man dann quasi über den task manager das dune 2000 äh ja beendet anstatt dass man es ähm immer den rechner neu starten muss oder sowas ja oh der luftangriff kam anders leute rumzeichen ja ist ja gut so oh ne der war schon fertig okay mhm gut leute ich hoffe wie gesagt ich hab jetzt diesen prozess beendet ich hoffe wie gesagt dass es jetzt wirklich mal aufhört weil es ist doch echt nicht mehr schön oder wenn sich immer dieses scheiß avira startet und dadurch dass dune 2000 zum abstürzen bringt das ist das hat das spiel nicht verdient das ist einfach zu gut das spiel naja gut leute ähm gut es geht einfach weiter ähm da ist dieser blöde schallpanzer wieder genau würde ich sagen trike schieß den mal an und dann zieh den mal hier in die türme rein genau so oder vielleicht kriegst du den sogar kaputt vielleicht kriegt der den sogar kaputt lass mal schauen ja hier ist jetzt nichts mehr mit ruhig kommen verdammt nochmal ey wirklich der schießt einfach ernsthaft der hat keinen bock mehr der schießt einfach weiter drauf was soll das denn leute so drei sammler wieder boah du tenner wirklich da hat der es echt noch geschafft kleiner penner wirklich naja gut ähm wir machen weiter stellen die manniken hier unten rein und ja aber da waren nee da waren in diesen paar minuten waren beim letzten mal keine lakes drinne ne da waren jetzt keine lakes drinne beim letzten mal ich hoffe wie gesagt dass es jetzt aufhört ach mit solchen problemen bei dune 2000 habe ich echt nicht gerechnet leute aber gut das wichtigste ist es geht weiter und vor allem wir haben wieder einen atreides luftangriff warum auch immer ja keine ahnung auf jeden fall ist das geil dass wir hier einen luftangriff von den atreides haben so leute dann ähm ich brauche mehr sammler leute ja dann keine ahnung reparier ich brauche mehr sammler gut dann wird was macht der denn fährt der einfach in die atreides basis rein was soll das denn leute ja gut dann verdammt egal ja wie gesagt kack avira wirklich ich hasse es das ist auch bei bei den ps1 spielen wenn ich die aufnehme ist es auch immer avira was das das da so zum laggen bringt mensch 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 ey wirklich kriegst du den du kriegst den sehr gut dann äh jo paar silus noch und dann können wir endlich anfangen mit den dicken rohren da also mit den ganz dicken dingern da ooooh das ist so scheiße gut leute ich hasse es ich hasse es ich hasse es diese dumme raketenpanzer verdammt nochmal wie oft soll ich die scheißtürme hier noch nachbauen das macht mich leicht aggressiv hier ja ihr merkt es wahrscheinlich schon man oh god oh god oh god so wisst ihr was ich fang jetzt an hier mit den dicken rohren hier zu arbeiten also mit den dicken dingern haben wir ja schon einen hier und ja ich brauche mehr sammler leute ja natürlich ich komme doch schon wieder so ein dummer schallpanzer an und die hassen echt meine mannequin hier ich merke schon ich merke das echt die hassen echt meine mannequin naja gut der hat es echt auf die abgesehen das ist so krass leute der hat es echt auf die abgesehen naja gut leute so 20 minuten noch sammler flugzeug der sammler ist schön günstig gut dann bau das flugzeug halt so so leute ich brauche unbedingt mehr sammler mit mehr kohle so bunker ach bunker äh silo nö brauche ich erstmal nicht luftangriff wisst ihr was probiere mal die energie platz zu machen was schießt denn hier schon wieder ach dieser blöde schallpanzer da ja okay so zu wenig geld ja egal leute so ist das was kriegt er die kaputt die kriegt er sogar kaputt die kriegt er ja sehr schön meine energie ist weg leute ich brauche hier eigentlich noch ein dickes rohr hier unten mach das mal so leute das ist heftig das ist heftig scheiße da kommen sie rein okay dann wisst ihr was kommt ihr mal hierher und helft mal hier los schneller bevor die bevor die hier alles im Arsch machen jetzt das dicke rohr bitte auch ich brauche die ganz dringend hier ich brauche ganz dringend hier Unterstützung vor allem erstmal auf die sadukas hier guckt euch das mal an wie viel die aushalten und du bitte hier runter und ah du wirklich dieser penner man ey der hasst meine verteidigung hier ist egal das können wir nachbauen aber trotzdem das ist ich dachte mir so ja schön siebte mission easy peasy ne ist nicht Leute siebte mission ist heftig okay ja gut ähm oh scheiß wüstentruppe fahr da drauf ey fahr da drauf so man so Leute haben wir hier jetzt wieder bitte unsere unsere verteidigung man so natürlich war es die high tech fabrik ne klar aber die bleibt aufgerüstet sehr gut der luftangriff ist immer noch da theater edes luftangriff ey wisst ihr Leute wisst ihr an welche panzer die mich erinnern an die mammutpanzer aus man irgendwie so wie die da so stehen wie die aussehen ja schon mammutpanzer ja aber fünf sammler Leute das muss doch jetzt reichen fünf sammler ich brauche aber noch mehr ne moment brech den nochmal ab ich brauche noch mehr so Leute sechs sammler ach stimmt wo ist mein trike hin naja gut dann bau den halt nach alter die hören nicht auf die hören nicht auf zu nerven hier aber es ist okay so das ist okay Leute so dann hier das hier noch reparieren meine Güte so dann nimm jetzt mal den trike und schieß mal alle quellen ab so damit natürlich so schieß mal hier unten drauf gut und hier drauf schieß da drauf sehr gut und der Rest der kann dann halt der Rest meine ich du kannst dann halt hier weiter erkunden fahr hier einfach mal rein mal gucken was hier ist gar nix eigentlich ne mini basis ja ok mini basis Leute das kriegen wir hin so weiter geht's so mein sechster sammler kommt Freunde dann kann ich jetzt endlich an die Massenproduktion gehen ich hoffe wie gesagt dass es nicht abstürzt bitte 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 avira sei gnädig drecks avira ey man schon vier stück geil und direkt kaputt machen so das andere das andere auch batz sehr schild Leute sehr cool na jo wie geht's wie gesagt ich hab hier so meine probleme mit dem spiel aber so langsam aber sicher wird's so langsam aber sicher wird's so genau Leute so einer direkt direkt dem nächsten hinterher so zack schön die dicken dinger bauen jetzt hier richtig schön richtig schön gut Leute dafür sucht er schon wieder irgendwas mit dem Schallpanzer dann sammeln mal direkt mal weiter so natürlich Leute so hol den ab oh was macht alter es wird Zeit dass der Adria das typ verschwindet wirklich es wird Zeit dass der verschwindet der nervt richtig so ey Leute 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 ihr habt sie doch nicht mehr alle weiterbauen los es war mir so klar das war so klar Leute gut dann stellen ihn halt mal da oben hin dickes Ding gegen Schallpanzer ich glaube das dicke Ding gewinnt und schieß da drauf so macht den kaputt du schießt weiter drauf ne unfassbar ey unfassbar so sechs Schüsse braucht der oder sieben Schüsse ja doch sieben Schüsse das reicht aber nicht und du kannst direkt hier den überfahren so mein Gott ey das ist so anstrengend aber geht schon Leute geht schon dann fährst du mal da runter keinen Sammlerstau Leute keinen Sammlerstau so dann würde ich mal sagen zack 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 quatt so jetzt geht's los mit der Einheitenproduktion Leute jetzt geht's los sehr schön ja aber eigentlich ich überlege gerade diese Taktik vom Mastermind die die bringt eigentlich momentan glaube ich erstmal nichts weil ich greife ja jetzt nicht mehr nur mit normalen Einheiten an sondern mit den dicken Dingern und die normalen Einheiten sind dann quasi die ja Gruppe 1 ne ich hasse es ey ich hasse diese dämlichen Raketenpanzer wie sie immer mich trollen hier das ist so wie sie mich immer trollen ja dann schießt da drauf da los weg da weg da mit so sehr schön die hauen schon rein ja aber egal Leute ja wir haben die Aufnahmen in 10 Minuten haben wir sie im Kasten Leute da sind noch mehr Einheiten ähm ja zack 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 nein bringt die Kohle weg los drei noch oh man Leute ernsthaft so jetzt uh düstere Mucke ja da links der der muss auf jeden Fall weg der hier der nervt richtig Leute der nervt richtig so dann würde ich mal sagen jo speichern vor allem ganz wichtig speichern und ja scheißer Vira ey wirklich ich muss mir irgendwann mal ein anderes Antivirenprogramm zulegen ich wollte schon sagen was schießt da schon wieder so aber geht schon geht schon was wo wer wie ah hier ok was schießt denn da die ganze Zeit so ich wollte mich mal gerade mal ein bisschen entspannen hier ah dreie Saduka auf einmal weg sehr schön Leute sehr geil so dicke Dinger sehr schön so die sammeln sich sehr schön davon brauche ich glaube ich 20 Stück oder so so nächsten Einheiten kommen sehr schön ja ich müsste eigentlich mal ein bisschen Geld sparen jetzt ne theoretisch schon ja so machen wir noch ein Quad so die Produktion ist nämlich viel schneller dadurch dass wir jetzt ja zwei von jedem haben ne so Luftangriff dann holt ihr mal die andere Energie so Leute weiter geht's so Quad ist fertig der kann sich da hinten sammeln so der Luftangriff ey Atreides Luftangriff wären wir als Hakon das ist so so witzig einfach nur das ist nicht witzig dass das nicht reicht schade naja egal Leute ähm ja die bringen jetzt hier ununterbrochen Geld rein ich sag was ich baue noch ne Raffinerie das wird mir das ist mir immer noch zu langsam hier der Kohle so ich baue noch eine Raffinerie so und zack und ein Flugzeug pfff uff das ist blöd oh nein ich hasse es Leute immer auf die Kack Energie ja danke wenn man mal was plant ne dann ja super wenn man mal was plant dann kommt der Gegner mit einem Luftangriff und dann kannst du erstmal umplanen jetzt kommt auch noch mehr Bescheid fand's doch schon wieder an verdammte Kacke 93 ey wobei der ist eigentlich nicht so schnell ne der will wieder auf die ja natürlich klar mach die schneller fertig ey komm ich brauch die scheiß Energie so oh nö ey das ist jetzt nicht wahr äh mein Gott ey da wollte man mal was planen ne ich sag's ja da wollte man mal was planen dumme schaltpanzer hier ey immer die scheiß Energie wirklich da kann man ja nur aggressiv bei werden also wirklich ey das ist so so unnormal meine Güte wie oft muss ich jetzt hier meine Gebäude verkaufen Mann ey so ja gut aber dafür kann ich dann so machen genau oh nerv nicht Gott oh Gott wie viel Scheiße da ankommt schießt er nicht auf das Manniken okay alter Schwede ey Mann so Radar boah ey Leute mit wie viel Kack kommt ihr hier an da oben macht die kaputt so alter ey das kann nicht wahr sein das kann wirklich nicht wahr sein verdammt noch mal mach den kaputt so Radar Forschungszentrum alter ist das krass verdammt noch mal so wo nimmt er die ganze Kohle auch her ey wirklich wirklich da kommt noch mehr Schallpanzer heilige heiliger Kacke ey Mann wirklich ich brauche noch eine Energie ne noch eine Energie ja ja das ist der geht immer auf meine Energie das war das war schlau von dem das war schlau von dem voll auf meine Energie zu gehen und dann angreifen zu kommen das war richtig schlau aber jetzt haben wir es erstmal so zack 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 mehr Einheiten so Bestellung registriert so mach den kaputt Mann und den auch direkt kack Energie ey wirklich so mein Gott haben wir es jetzt bau weiter hier die dicken Dinger so hmm Wurmzeich das fehlt mir jetzt auch noch ein Wurm hier dann haben wir wirklich alles dabei boah schaut euch das an das ist das ist ja so krass dass der einfach so viel baut nein okay die Energie ist wieder voll funktionsfähig sehr schön warum habe ich kein Geld mehr eigentlich oh die kack Wüstentruppe nein 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 bleib mal hier mach den einfach mal kaputt da los und dann ja genau so Leute stimmt die Kohle die könnte ein bisschen knapp werden ne so meine Güte ey die Kohle die könnte ein bisschen knapp werden schaut mir hier ist kein Spice mehr der kommt schon wieder Alter hol den mal ab holy shit ey der kommt aber richtig krass jetzt so wisst ihr was jetzt das reicht doch nie im Leben ey boah was für Einheiten Massen der da hat ne na gut baut einfach weiter die dicken Dinger so was versucht er da jetzt schon wieder nix okay sehr gut ähm gut Leute Manneken okay Manneken ähm gut aber jetzt äh 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 das wird mir ein bisschen zu viel hier los äh auf den scheiß Wüstentruppen ja danke natürlich kack Wüstentruppen ich muss mich hier voll konzentrieren Leute ey das ist so heftig heftig was hier alles angeschissen kommt ja so schnell kann man doch gar nicht reagieren ey so aber dafür gibt es hier gleich mal eine fette Rache schaut euch das mal an so dann hier und hier na gut das ist egal Leute komm dann komm wieder zurück äh nachbauen hier hab ich jetzt genug Manneken stehen so einmal nachbauen bitte und weiter hier die ah Moment ne ne einmal nochmal bestellen hier los ah egal dann mach halt so so genau und Quatt boah meine Fresse ey wirklich so ich könnte hier oben eigentlich einen Raketenturm hinstellen ne das wäre gar keine schlechte Idee aber erstmal nicht mit der kein Geld ey so oh schon wieder auf die Energie so und verdammt so egal Leute gut er hat seine Bömmchen abgeschmissen ähm ja ich würde sagen äh speichern wir erstmal Leute es ist kein Absturz mehr gekommen äh ich bin noch misstrauisch aber ich ich hoffe dass es das jetzt reicht dass es das jetzt war wirklich so Leute ähm soll ich da oben noch ne komm ja dann würde ich mal sagen haben wir die Folge im Kasten ähm ja wenn euch gefallen hat was ihr gesehen habt Freunde dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da würde mich sehr freuen und ja beim nächsten Mal gehen wir dann mal angreifen ne und erkunden und so dann mache ich auch hier nochmal so gut Leute dann würde ich mal sagen wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag ne tschü tschü